Hallo, hallo, hallo. Schön. Hallo und herzlich willkommen hier bei den Team Ashes von Mars und einer weiteren Runde Formel 1 mit dem Philipp in einem Team. Und heute geht's nach Kanada. Kanada. Hallo, ich bin der Philipp. Ich bin der Bruchpilot von dieser Truppe. Hallo. Nachdem der Philipp letztes Mal im Qualifying richtig abgerissen hat, wollen wir uns natürlich heute mal aufs Rennen übertragen. Wir möchten gerne in die Punkte fahren. Oh, Punkte. Ich möchte einfach nur ins Ziel fahren, ehrlich gesagt. Viel Spaß mit dem Video. Achso, das dient hier rein zur Unterhaltung. Falls jetzt jemand das ernst nimmt und sagt, wir möchten gerne, wir fahren scheiße, das stimmt, aber wir wollen euch einfach unterhalten. Dies ist kein Bewerbungsvideo. Wir fahren los. Brumm, brumm. Oh, Kanada sieht gut aus. Ja, aber die eine Kurve, die ist fies. Ja, es ist immer die eine Kurve. Die eine, die eine oder keine. Für keine andere Kurve lege ich mich häufiger auf die Fresse. Verliere ich ein Rad. Oh ja, das ist genau meins. Regen? Nee. Nur eins. Hör auf mich ab zu... Ey! Ach, Simon. Ich brems weil... Kurve. Äh, ähm... Das war aber auch... Ich bin geschlittert. Oh. Ey. Gut, dass wir keine Lenkradkamera anhaben hier gerade. Ey, das ist ganz komisch bei Regen, ey. Wo der Scheiß. Also ich würde ja sagen, Simon, lass uns nochmal, weil das Rennen ist ja auch im Trockenen. Lass uns vielleicht nochmal ein Training im Trockenen machen. Zeitsprung! Hm. Oh ja, viel besser. Oh, ohne Regen. Oh, das macht so viel mehr Bock. Oh ja. Oh ja. Ich musste nicht die eine Hand übergreifen. Das ist schon mal schön. Ach nee, Wand. Viel zu nahe diese Wand. Wer hat die da hingebaut? Ich wollte gerade sagen, boah, ich bin so schön durch diese Kurve gekommen. Und? Nee. Boah, die kannst du schön durchbrettern, ey. Ey, die Strecke macht Bock. Die Strecke ist echt schön. Kanada, Grüße gehen raus. Okay, ich würde sagen, qualifien, Simon. Zeitsprung! Oh, Kanada! Zeitsprung zu Ende. Oha. Oha. Liegender Start. Uh. Ja, genau. Ich fliege wieder voll aus der Kurve hier, ey. Besonders überlassen wir doch schon mal die Lenkung so, ne? Gib mir doch schon mal ein Gefühl. Ich habe da null Gefühl. Nee, du hast da nichts. Nichts. Kein Feedback, gar nichts. Gar nichts kannst du da. Vielleicht haben ja alle... Vielleicht strugglen alle damit. Ja, genau. Die NPCs vor allen Dingen. Oh, man muss hier so langsam werden, ey. Das ist einfach komplett gegen mein Gefühl. Ich bin so schlecht gefahren, Alter. Ich bin schon mal der Letzter. Ja, ich bin 19. Gerade. Hehehe. Oh, 13. 13. 13. 13. 13. Okay, gut, gut. Was ein Scheiß, ey. Was ein Scheiß. Ja, dann... Aber wir sehen uns ja gleich eh hinten. Wenn wir uns überhaupt sehen. Letztes Mal bist du nur durch meinen Bildeimer geflogen. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Konzentrier dich. Jetzt einen nach dem anderen abholen. Einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen durchlassen. Einen nach dem anderen. Safe fahren. Hinten, egal, Philipp. So sind meine Gedanken gerade. Einfach die halbe Runde stehen bleiben, dass du alleine fahren kannst. Da kann doch nichts passieren. Verbindungswarnung-Symbol. Ne, was? Hä? Was ist hier los schon wieder? Ich bin in dem Menü, Simon. Ich... Ey, ich fick doch dieses Spiel. Ja, geht nicht, Simon. Hä? Ich bin in dem Menü. In dem Pause-Menü und komme da nicht mehr raus. Was ist das immer? Ich weiß es nicht. Danke, Spiel. Ich kann es auch nicht mehr wiederholen, ne? Oh, hier, wenn ich... Super. Fick dich! Echt? Was ist passiert? Ja, ich habe das Lenkrad rausgenommen. Und dann geht das. Und dann fahre ich gegen eine Wand. Ja, ich habe es gerade... Es tut mir leid, Willi. Was machen wir jetzt? Ey, ich will doch nicht schon wieder so enden. Ne, ich auch nicht. Kommt zur nächsten Saison. Zur nächsten Strecke. Was soll das? Wir gehen jetzt direkt ins Rennen. Ihr kriegt einen Zeitsprung. Wir machen Polifian und alles. Ihr kriegt einen Zeitsprung. Wir gehen ins nächste Rennen. Ja, aber ich kann doch nicht einfach das Rennen jetzt beenden. Ja, dann fahr zu Ende. Ich gehe Pizza essen oder so. Ach, ey, ist das... Ich check's nicht, ne? Also wirklich. Das ist ja so ein Rot. Das ist ja der Junge. Das ist wieder mein Todesfeind. Mick Schumacher. Mick. 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 Ich hole mir einen nach dem anderen. Und dann verliere ich wieder. Ey, hallo. Hallo? Ja, komm. Ich bin auch raus. Ist dir gut? Motor aus. Motor aus. Es hat nie stattgefunden, dieses Rennen. Superstar. Ähm, so, ähm, Kanada. Ähm, war da was? Oh, Kanada. Ich war so blau in der Woche. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Keine Ahnung, was da passiert ist. Zeitsprung. Boah, wenn das jetzt nicht so scheiße ist, dass irgendwo in der Kurve das Lenkrad einfach losgelassen wird, dann flippe ich dir aus. Ehrlich, dann flippe ich aus. Dann flippe ich aus, du. Boah. Okay. Ne, ist okay. Ist okay. Ja, gegen, 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 gegen. Top Speed. Hier, runter vom Speed. Ja, auch nochmal. Leicht verbremst. Und Vollgas. Und Vollgas. Leicht anbremsen. Und wieso bin ich so kacke? Die letzte Kurve ist immer auch richtig fies, ne? Oh, ja. Ja, besser als sonst, aber boah. Erster Platz wieder. Boom. Ich bin Elfter. Elfter. Oh, jetzt, Philipp, mach was raus. Und Lenkrad, mach nichts raus, bitte. Okay. Ja, 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 ja. Ja. Oh Gott, war kein guter Start. Aber ich bin vorne. Ey, sag mal. Mick. Der Mick wieder. Der Mick. Alter. Ich hab ne Verwarnung bekommen. Wie, ich hab ne Zeitschrafe bekommen? Wofür? Oder hast du die Verwarnung bekommen und ich seh das, weil du mein Teamkamerad bist. Ey, wollt, ihr wollt mich alle hart verarschen, oder? Ey, ich hab mich auf dem fünften, sechsten Platz vorgekämpft. Sag mal, ich ramm mich alle. Hättest du vielleicht nicht kämpfen sollen. Ich werd hier auch von rechts ganz unsportlich überholt. Hab ich mir zurückgeholt. Magnussen. Magnussen. Ich ramm dich von der Schrecke. Ich sag dir das. Nee. Hier wird gar nichts alternativ gestreckt. Kollision mit Verstappen. Deine Mama ist Kollision mit Verstappen gewesen. Entschuldigung. Welche Mama? Von Verstappen, die? Nee, die von der Rennleitung. Ist irgendwas kaputt bei mir. Alter! Er hat mich fast aus dem Leben gebremst hier, der kleine Wichser. Hä, wieso lenkt der denn nicht bei mir? Ey, irgendwas stimmt mit meinem Lenker da auch nicht. Flügel vorne weg? Oh, ich bin also im vierten. Oh, der muss in die Box, der Verstappen. Ey, Leute. Oh ja. Da hab ich mich durchgekämpft. Es gibt bestimmt ne Zeitstrafe. Nimm mich in Kauf. Schnell zur Runde, ne? Keine Zeitstrafe. Oh, was ein Duell. Baby geil. Ey, ey, ey. Ey. Wer war das? Vettel, du Arschloch. Alter. Ist das Schöne. Ich bin vorne bei den Besten. Ja, ich... Setz die Überholtaste öfter ein. Ja, okay. Sag mal, ich mach hier Breakfast, ey. Ganz ehrlich. Oh, dann müssen wir auch mal wieder rein. Ja, ich hab vorne keinen Flügel mehr. Das merk ich richtig, ne? Ja, ja. Dann bist du... Dann denkst du auch, das stimmt irgendwas nicht. Boah, ich fahr so vorsichtig, ne? Aber zweiter Platz bin ich grad noch. Na gut. Ey, ey, ey. Ey, die... Rammen mich alle, ey. Hab dich dazu gemacht. Ja, ich bin tot. Fick dich. Jetzt muss ich mich nur konzentrieren. Immerhin sei ein guter Zuschauer. So wie ich das immer bin. Keine Schimpfworte. Ich denke, ein Rolex. Boah. Ah, da außen war irgendwas. Ja, du bist aber... ...gut dabei. Voll übertrieben. Der hinter dir ist sehr weit weg. Echt? Recht weit weg, ja. Der ist aktiviert. Ja, der kommt jetzt aber näher ran. Aber der sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Boah, ey, bitter, ey. Schade, schade. Aber? Hauptsache, du kommst jetzt durch. Ich muss das zeigen an, Simon. Heißt ja noch nicht, dass ich durch bin, aber... Vielleicht kommen wir dann irgendwann nochmal zu zweit. Vorne, erster, zweiter Platz. Ja, ja, ja. Ich träume schon davon. Wie wir beide auf dem Podium stehen. Die Sequenz gucken wir uns ganz genüsslich an. In Zeitlupe. Ah, sieht aber gut aus, wie du fährst. Danke. Also der andere hat immer noch den gleichen Abstand wie vorher. Das motiviert mich ungemein. Der Essfenster hätte ich jetzt gerne. Aber du hast zwei Sekunden bis nach vorne. Oh, hier bremst jemand viel zu stark. Er ist schon ein Stück weit weg. Ich habe auch keine Elektropower mehr. Oh. Oh ja, der ist jetzt näher, nah dran. Also näher rangekommen. Hintermann, Vordermann. Zwei, äh, Vorder-, Hintermann. Zwei Hundertstel ist er herangekommen. Ja, ich sehe ihn im scheiß Rückspiegel. Ja, vier Hundertstel. Also er wird immer schneller. Ich werde wahrscheinlich auch immer langsamer. Gas, gib Gas, gib Gas. Ich möchte die ersten Punkte für unser Team haben. Oh, das könnte unser Videotitel sein. Ich streng mich an. Ja. Oder wir machen Fragezeichen. Oh, die schnellste Runde hast du gemacht. Die schnellste Runde hast du gemacht. Ich weiß. Ich bin auch der Schnellste. Heftig. Ich bin so im Tunnel, ne? Ich sehe nur noch rote und grüne Backsteine. Ja, du bist auch rangekommen an den Vordermann. Aber der hinter dir ist jetzt wieder weiter weg. Den hast du jetzt eine Sekunde. Über eine Sekunde ist der weg. Schön. Wo ist denn das DRS-Fenster hier? Gibt es wieder auf der Strecke nicht, ne? Doch. Zwei Stück. Hä? Bin ich zu doof dafür? Oh, jetzt hast du aber abgekürzt. Aber alles gut. Brems, brems, brems. Ah, nicht alles gut. Alonso ist, der ist jetzt wieder ein bisschen rangekommen, aber der war gerade anderthalb Sekunden weg. Jetzt ist er wieder recht nah dran. Sechshundelstel nur noch. Fünfhundelstel. Das sieht aber gut aus, wie du fährst. Sieht wirklich gut aus. Ich mag die Strecke. Ja, die Strecke ist wirklich gut. Hätten die anderen mich die ganze Zeit immer weggerammt. Am Anfang ist das echt kritisch. Jetzt hier, wo sich das Feld so ein bisschen auf... Auseinanderzieht, ne? Ja, genau, danke. Ja. Geht es? Ja, der ist jetzt so achthundertstel hinter dir. Also wenn jetzt die letzten... Du hast noch zwei Runden. Also die jetzt noch und dann kommt noch eine. Oh. Okay. So viele noch. Ja, Konzentration muss jetzt hochhalten. Wenn die Schultern brennen. Ja, die hast du... Sie hast du schön genommen. Oh, ja. Die hast du schön genommen. Oh, der Sergio Perros hätte die schnellste Runde abgenommen. Der erste ist das. Okay. Aber das sieht trotzdem gut aus. Wenn jetzt nicht keinen groben Fehler machst, dann wird der... Lass uns auch nicht hinten rankommen. Jinx ist es nicht. Nein, nein. Jinx ist gar nichts. Das ist gut. Aber 1A. Wie du deine Ideallinie da gefunden hast, finde ich gut. 5 Runden sind so hart. Ich brauche den Turbo, 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 Turbo. Ja, ja, ja. Der ist aber weg. Der ist über eine Sekunde weg. Schönes Ding. Schönes Ding. Viel zu stark gebremst. Jetzt ist gleich Ende. Jetzt gleich Ende. Viel zu stark gebremst an der Stelle. Der ist trotzdem noch eine Sekunde weg. Das sind Welten in Formel 1. Welten sind das. Bei uns nicht. Naja. Oh, ich dachte, das war es. Oh ja, der ist ganz weit weg. Der ist ganz weit weg. Der wird gerade überholt. Nice. Der wurde von Ferrari... Ja, die haben dann Zweikampf. Die sind mit sich beschäftigt. Du bist dann völlig alleine. Ja, ja, ja. Ja, ich würde gerne den ersten jetzt noch haben. Zwei Ferraris gegen Alonso. Das sieht gut aus da hinter dir. Oh, 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 oh. Alles gut, alles gut. Nicht alles gut. Nein, ich nehme es zurück. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, guck mal, da ballt er die Faust. Da ballt er die Faust. Eiskalt, super. Ich mache ihn nach. Herzlichen Wunsch. Alter, alles erreicht, alles erreicht. Danke, Kanada, dass du scheiße warst. Ich glaube, auf Kanada hätte ich das nicht geschafft. Alter, unsere ersten Punkte. Ja, deine ersten Punkte. Ich bin ja ausgeschieden mal wieder, aber... Ja, wieben mal wieder. Freut mich für dich, dass du mit aufs Podium direkt auch gekommen bist. Podium. Genießt es, Leute. Genießt es. Ich würde aber hier das Video schon beenden. Ey, geil. Schreibt mal eine 1 von 10, wie ich gefahren bin. Das war nicht perfekt. Das war absolut nicht perfekt und auch nicht gut und ich weiß. Aber trotzdem, sei lieb zu mir. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr hier neu seid, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Wir machen mehr davon und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder rein? Richtig. Bis dann. Tschüss. Oder? Ich darf die Sektflasche halten. Simon. Schön. Guckst dir die an. Den warten wir jetzt noch ab, wie ich den Pokal hebe. Den etwas kleineren, aber ich hebe ihn. Weiter Platz, ey. Guck mal, die feiern mich, als ob ich den ersten gemacht habe. Da bin ich. Da. Boah. Sechs Flasche habe ich unter Kontrolle. Geil. Wooh. 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 Vielen Dank.